Die Gewinner lehnen 14,9, links eine 15,3 und jetzt geht's Schlag auf Schlag mit der Startnummer 202 und das Duell VW gegen Opel mit der Startnummer 233 auf der rechten Seite. Bin ich offen? Ah ja, okay. So, jetzt geht's für die beiden. Wir haben da die Info, wie schnell wir fahren. Und die Fahrerlager kennen sowieso. So, jetzt haben wir schon die nächsten Mainstage. Jetzt habe ich auch die Zeiten. Schon wieder rechts die Gewinner lehnen mit 14,21 und links 14,9,7. Wir moderieren, was ist. Das soll er nicht sein, ne? Das soll man gar nicht sein, oder? Ja, du, die Siga. Ich trage das, ich muss ja Thorsten oben. Ach so, Thorsten, was soll ich verstehen? Bis zum nächsten Mal.